So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO bzw. News. Und wir haben eigentlich gerade noch Lugia Raids für Zuschauer gestreamt, aber am Ende gab es irgendeinen Fehler, man konnte nicht mehr auf eine Arena zugreifen. Immer wenn du eine Arena angeklickt hast, ist das ganze Spiel einfach eingefroren. Das haben während des Streams auch schon manche gesagt, dass sie kommen nicht auf die Arena. Immer wieder friert sich dieses Spiel gerade ein. Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich es gesehen, okay, ist da auch so. Also keine Ahnung, was da gerade los ist. Ich hoffe nicht, dass die irgendwas jetzt gerade am Arena-System umstellen oder beziehungsweise an den Raids. Vielleicht lag es an, was weiß ich. Mittlerweile, 22 Uhr, ist auch das April-Update rausgekommen. Also der April-Event-Kalender, den wir uns jetzt hier fix angucken wollen. Ich war ja gespannt, was es für neue Raid-Bosse gibt. Das ist immer das Interessanteste für mich. Wir haben wieder eine mega hässliche Grafik, voll klein, voll verpixelt. Man kann gar nichts lesen, aber ihr könnt jetzt mitschreiben, denn wie geht es weiter? Lugia ist momentan in den Raids, seit heute, seit Dienstag. Aber bleibt zwei Wochen bis zum 11. April. Also 28. März bis 11. April. Lugia. Dann kommt eine Woche lang die Inkarnationsform von Demeteros in Shiny, weil das war ja sonst auch immer schon Shiny. Die Inkarnationsform ist ja leider nicht so stark, nicht so gut. Kommt vom 11. April bis zum 17. April. Die Tiergeistform hat es in sich, die Inkarnationsform, naja, ich weiß nicht, wieso sie jetzt zwischendurch diese Wolkengeister gebracht haben. Eigentlich waren wir ja bei den Kapus, aber mit dem Kapu, mit einem, nämlich mit Kaputoro, geht es dann am 17. April weiter. Kaputoro kommt nämlich vom 17. April bis zum 2. Mai. Darauf freue ich mich, denn das ist meiner Meinung nach der coolste von den Kapus. Und er wird das erste Mal auch als Shiny verfügbar sein. Kaputoro, Shiny-Einführung, paar XL machen, vielleicht ein Hunderter bekommen nebenbei. Aber auf jeden Fall, Shiny und Glücks-Shiny wird mein Ziel sein. So. Dann müsste ja also im Mai wohl Kapu-Kime noch kommen. Und vielleicht kommt ja ein neuer Wolkengeist, nämlich der ganz neue Wolkengeist. Den kennt ihr, den ihr allhässlich findet. Und eben auch Kapu-Kime dann. Und dann wissen wir ja auch schon die Hälfte vom Mai. Mega-Raids. Momentan ist Mega-Simsala da. Mega-Simsala. Bleibt aber nicht die ganzen zwei Wochen wie Lugia, sondern bleibt eine Woche vom 28. März bis zum 4. April. Mega-Simsala bis 4. April. Und dann vom 4. April bis zum 11. April, solange wie Lugia trotzdem da ist. Die zweite Lugia-Woche kommt Mega-Haspiror. Also Mega-Schlappor. Dann vom 11. April bis zum 17. April, solange wie Demeteros da ist, habt ihr gleichzeitig auch Mega-Turtok. Und vom 17. bis zum 2. Mai haben wir Mega-Lamus in den Mega-Raids. Mega-Raids ist für mich an sich eigentlich nichts dabei. Habe ich alles fertig. Wenn euch was fehlt, sagt Bescheid. Können wir ja mal gucken, was wir so machen und so. Ansonsten freue ich mich immer noch bisher am meisten auf Caputoro. Feldforschungs-Durchbruch im April. So wie man hier sieht, ist die hässlichste Grafik, die wir je hatten. Es ist immer noch Parasek, Pinsir, Relaxo, Kaumala, Quaf-Waf und Gumi ist drin, genau. Die Raid-Stunden, es wird also noch eine zweite Raid-Stunde im April geben mit Lugia am 5. April. Dann haben wir eine mit Demeteros am 12. April. Und dann haben wir zwei Stück, nämlich am 19. April mit Caputoro und am 26. April mit Caputoro. Ich kann es wirklich kaum lesen, weil es einfach so blöd aussieht. Spotlight-Stunden. Am 4. April haben wir Owei im Spotlight mit zweimal Fang-Bong-Bongs. Am 11. April haben wir Mushas, wenn ich endlich mal Austausch-Maxen kann. Und Mushas gibt viel Staub. 11. April Mushas mit zweimal Verschick-Bong-Bongs. Also wenn man Pokémon transferiert. Am 18. April haben wir Knacklion mit zweimal Entwicklungs-EP. Und am 25. April haben wir Tangela mit zweimal Staub fürs Fangen der Pokémon. Ich glaube, Mushas ist da am krassesten. Weil das halt einfach trotzdem mehr Staub gibt als Tangela mit Doppelstaub. Aber ansonsten, alle vier sind in Shiny verfügbar. Und schreibt immer rein, was ist eure Lieblingsstunde davon. Andere Events sind hier auch angekündigt. Da steht jetzt aber, natürlich ist es halt alles Englisch. Man kann sich jetzt nicht so genau was darunter vorstellen. Von 4. bis 10. April gibt es ein Frühlings-Event wohl. Am 9. April gibt es Elite-Raids. Aber die waren ja schon angekündigt. Das müsste, weil Regi Drago da war im März, müsste im April also dann Regi Eleki kommen in die Elite-Raids. Am 9. April ist dann wieder gutes Tauschmaterial trotzdem erstmal. Ich würde alle sechs oder sieben Raids machen, die ich an dem Tag dann haben kann. Und ist bei Glücksfreunden sehr begehrt. Am 13. bis 17. April, Am Mystic Hero. Also wieder ein anderes, ein Helden-Event. Am 15. April, der April Community Day. Der ja wohl mit Fynx vielleicht stattfinden wird. Wenn man, also Fynx, Fynx, dem Fuchs, wenn man den Leaks trauen mag. Am 20. April bis 26. April haben wir eine Sustainability Week. Keine Ahnung was das ist. Auf jeden Fall eine Woche mit Zeug. Am 23. April, Limited Research. Da gibt es eine, ist das ein begrenzter Forschungstag? Und am 29. April Community Day Classic, der wohl dann mit Quiekel sein wird. Aber das steht nicht 100% fest, wird nur so gemungelt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas fehlt, weil die Grafik irgendwie, weiß ich nicht, war da sonst nicht mehr drauf? Das sieht irgendwie so wenig aus alles, so wenig komplett. Und es wurde sich halt einfach noch, noch weniger Mühe gegeben. Und deswegen sieht alles einfach noch lebloser, äh, liebloser, lebloser. Und ich weiß nicht, ich fand es schön, die großen Artikel immer zu haben, wo man vorliest. Ihr habt jetzt alles gehört. April, für mich auf den Blick erstmal trotzdem ruhiger Monat. Lukia brauche ich eigentlich nichts, ist zwei Wochen da. Kann man ein paar Bonbons mitnehmen, den Meteros. Naja, und Kabutoro ist halt jetzt nicht das krasseste Pokémon. Ich freue mich auf eine Raid Mania, hoffe, dass da ein Shiny kommt. Ansonsten wird mein Ziel sein, zwei Shinies zu bekommen. Aber ist jetzt nichts weltbewegendes April, also ruhig. Aber lasst mal uns mal überraschen, was bei den Events bei rauskommt. Was ist euer Favorit? Welchen Mega Raid braucht ihr noch? Was mögt ihr lieber? Kabutoro, Lukia oder Demeteros? Was ist eure Lieblings-Spotlight-Stunde? Und habt ihr Bock auf die Elite-Rades? Ich glaube, der Tag könnte eigentlich ganz cool werden. Das letzte Mal mit Regie Drago hat nämlich eigentlich viel Spaß gemacht. Mal gucken, wie das ist, weil ich am 9. April eigentlich nicht mehr hier bin. Ob wir das trotzdem hier machen oder woanders, aber eigentlich ergibt das gar keinen Sinn. Sonst müsste man ja immer eine Stunde hin und zurück fahren, dafür, dass alle zwei Stunden wieder was anderes ist. Das wird also immer komplizierter, aber egal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out for out. Euer Ramses. Hier geht's. ане